Oh Gott, habt ihr das gesehen? Und was ist hier unten? Da geht's weiter, okay. Aber habt ihr das gesehen? Da war... Da war rote Augen und keine Ahnung und vieles und Hilfe. Na komm, bevor du dich neu generierst. Okay, das war anscheinend irgendein fieses Monster. Und irgendein X-Parasit hatte sich dort eingenistet, dass ich jetzt wieder verflüchtigt habe. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, was das sein soll. Kann ich irgendwie weiter? Ah, hier oben. Oh, Missile-Container, yay. Ah, nochmal. So, okay. Wir müssen jetzt, glaube ich, am Hauptdeck sein. Und fast bei unserem Schiff, okay. Ich frage mich, was da jetzt passiert ist. Jetzt sind überall Lichter aus. Im Fahrstuhl stecken geblieben. Hm. Vielleicht haben wir die X irgendwas damit zu tun. Und hier ist mein Schiff. Gebeamt. Miep. Speichern? Japp. Gespeichert. Der Hauptreaktor ist ausgefallen. Daher stehen alle auf den Zukunftssysteme der Station still. Natürlich sind auch sämtliche Schleusen davon betroffen. Das bedeutet nichts Gutes. Falls Sie es schaffen, den angezeigten Ort zu erreichen, können Sie ein Notstromaggregat aktivieren. Danach analysieren wir, warum der Hauptreaktor ausfiel. Sind der Einweisungen klar? Doch nun zum eigentlichen Haupt... Zum eigentlichen Grund, in dem ich sie herbeortet habe. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Seltsame Kreaturen haben in ihrem Raum... ...in ihrem Schiff Zuflucht gesucht. Ich konnte eine X-Infektion ausschließen. Und habe ihnen daher Unterschlupf gewährt. Ach, guckt mal, die niedlichen Vieh hier dort oben. Oh, der ist ein Affe. Wissen Sie irgendwas über diese sonderbaren Wettlebewesen? Ja, Auftauung inmitten einer solchen Katastrophe muss eine Bedeutung haben. Ich werde sie weiter hier behalten. Okay, wir müssen also wieder das Licht anschalten. Na klar. Und der Lichtschalter ist natürlich irgendwo hier unten. Ganz klar. Und wie wir da hinkommen, ich weiß es glaube ich noch ungefähr... Genau, hier ging es doch weiter. Und was ist das da oben? Das macht mir Angst. Ich mache es einfach mal fertig, so. Genau, und hier ging es weiter. Reaktorumwandlung. Umwandlung. Keine Ahnung, was auch immer. Und... Ja, hm, geht es hier weiter? Geht es hier um mit dem Powerbombi. So, wir nähern uns dem Reaktor. Und das ist diese... Ah, der Reaktordruckbälle. Genau, ich lasse da dieser riesige Raum mit diesen komischen... Was auch immer. Ranken, keine Ahnung. Wo müssen wir hier ungefähr hin? Also ganz unten anscheinend. Okay, wow. Lasst mich durch. Lasst mich durch. Ich will mal hier rein. Was ist hier? Wow, Weltrammpiraten. Pam, 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 pam. So. Diese Viecher. Haben wir die schon mal gesehen? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder ist das das erste Mal, dass wir die sehen? Ein Energiecontainer. Ja. Neue Energie. Endlich. So, und hier musst du auch irgendwo weitergehen. Wir können mich doch nicht verarschen. Genau, da geht es weiter. Nicht, dass hier gleich... Ah, da ist wieder ein Welt... Ich wollte es gerade sagen. Nicht, dass hier noch ein Weltraumpirat auftaucht. Oh, ich muss aufpassen, dass meine Powerbomben hier nicht zur Neige gehen. So, aufgesammelt, damit es hier nicht irgendwie... Und, hier ist ein Missilecontainer. Hier ist ein Missile, Missile, Missile. So. Ein Powerbomben, vielleicht hilft das hier irgendwie. Nur da hinten, okay. Wie komme ich da ran? Ah, hier, okay. Das heißt, ich muss sozusagen hier runter und kann... Ah, hier an der Missilecontainer. Aha. Interessant. Und da unten habe ich schon was erspäht. Nämlich eines dieser Boss-Augen. So, und hier brauche ich wahrscheinlich wieder eine Powerbombe. Hier hinten, okay. Komme ich hier weiter? Ne, okay. Also muss ich hier unten lang. Jetzt geht es hier hoch. Aha. Schön, schick. Wunderbar. Okay, hier ist irgend so ein Auge. Das heißt, hier kommt bestimmt gleich ein Boss. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh, ii, 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 ii. Au. Was ist das für ein Vieh? Okay. Und wie kann man das Ding besiegen? Oha, nein, 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 nein. Ich drücke die Knöpfe wie so, Blader. Okay, Hilfe. Was macht's jetzt? Was macht's jetzt? Oh Gott. Ach, wahrscheinlich muss ich das Ding... Nein, lass mich runter, 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 lass mich runter. Ich hab ne Idee, wie ich das Ding besiegen kann. Einfach Missiles in das fette Maul von diesem ekligen Vieh schießen. Ja, komm schon. Öffne deinen Maul. Du Maultier, du. Oh, ii, 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 ii. Pam, pam, pam. Aha, anscheinend wirkt das. Oh, wow, 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 wow. Aber meine Energie ist gleich am Ende. Nein, 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 du erwischst mich nicht, du erwischst mich nicht, du erwischst mich, du erwischst. Wow, 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 wow. Jetzt ist es sauer, jetzt ist es sauer, jetzt ist es gar nicht jetzt sauer. Und ich hoffe mal, es erwischt mich nicht, wenn ich mich in der Ecke zusammenrolle Wow, doch Wow, wow, wow Leute, ich bin hier gerade völlig baff Weil ich nur noch so wenig Energie habe Und gleich Schiss habe, weil ich nicht gespeichert habe Okay, und jetzt ist es vorbei Jetzt hat das viel Apparage am Ende Jetzt muss ich mich aber ein bisschen hier verstecken So erwischt mich das viel wenigstens nicht mit den ekligen Tentakeln Quatsch, Billenbein, was auch immer Mach dein Maul auf, mach dein Maul auf Oh, oh, und jetzt Ja, jetzt ist hier blau angesagt Nicht, das sieht total eklig aus Verdammt, ich wollte es eigentlich noch erwischen Oh Gott, ich habe Angst, dass es Ich habe aber auch Angst, dass ich das verpasse, wenn das Ding seinen Maul aufmacht Ja, 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 komm schon, komm schon Komm schon, dich mach ich fertig, dich mach ich fertig Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, stirb, 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 stirb Stirb, 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 meine Energie ist gleich, alle Ja, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm, pam So, und jetzt stirb endlich Oh Gott sei Dank, Space Jump einsatzbereit Hüpfel Pasalto in die Luft Bosskämpfe sind schrecklich Gut, okay, ganz ruhig, Markus, du schaffst das schon Ich muss mal kurz was aufschreiben Na komm, Kuli, funktioniere Nein, ich habe keinen Kuli mehr, der funktioniert Nein Weil ich jetzt wieder Aufnahme-Sessions mache Das heißt, ich mache es ein bisschen länger Muss ich mir aufschreiben, wann ich ungefähr den Cut setze So, Space Jump, wie jetzt Ah, okay Das ist der Space Jump Da können wir während des Saltos in der Luft Äh, uns nach oben schwingen Und jetzt das Notstrom-Terminal, endlich Notstrom-Aggregat aktiviert Ich hoffe, ich kann jetzt speichern, bitte speichern, bitte speichern Oh, ein Navigationsterminal Die Regeneratoren und die Sprecherstation sind wieder einsatzbereit Doch mit Notstrom allein bleiben Aufzüge und schleusen weiterhin außer Betrieb Ohne einen funktionierend Funktionstüchtigen Hauptreaktor sitzt mir fest Vermute ich, dass der Bewuchs der Ihnen sicher Auf... ausgefallen ist, äh Der Ihnen sicher aufgefallen ist Der Auslöser dieses Problems Er blockiert die Belüftung des Reaktorsystems Sind die Anweisungen klar? Ja Verfolgen Sie die Wurzeln so bis zu Ihrem Ursprung Und der ist genau wo? Aha, genau da Ja, ich seh's schon, ich seh's jetzt schon, wo's ist Mhm, alles klar Ich hätt aber lieber gern einen Regenerator und einen Speicherraum gehabt Aber, na gut, man kann nicht alles haben Boah, was sind das jetzt für Viecher? Was sind das? Ach, diese ekligen Killer-Biene So, einfach mal So, komm, jetzt stirb halt mal Ich folg einfach Oh, eine Speicherstation Eine Speicherstation Oh, Gott sei Dank Boah, nach der Spinne bin ich jetzt gerade ein bisschen geschockt Klick Okay, sorry, das musste jetzt mal kurz sein Weil ich gerade eine kurze Pause gemacht habe Und, äh, ja Und da muss ich nochmal kurz, äh, sozusagen kalibrieren Die Aufnahme Damit ich weiß, wo ich am Ende später dann Den Card setzen kann Und wie sind die ganzen Viecher hier? Machen mich Kill-Kirre Killer-Kirre Gequirlte Kinder-Kirre Kacken Dings da Gehalt voll Let's play, ne? Äh Aber ich glaube, ich mach jetzt noch euch fertig Oh Pam, 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 pam Erstmal du hier Aber wenigstens kann ich jetzt hier diesen Salto verwenden Oh, Gott Jetzt muss ich dieses ganze Diesen ganzen Bewuchs hier mal Kommt schon Der ganze Bart wuchs hier So, endlich Ah, ich glaube, ich brauche die Powerbombe Sonst wäre ich hier noch Irre Genau Oh, nein, da ist Samus X Leute, da ist Samus X Ich höre ihn schon Oh, Gott Oh, Gott Oh, Gott Leider, 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 leider Okay, wir müssen uns anscheinend Samus X stellen Ist ja auch mal sehr interessant, nicht? Okay Okay Okay